Ich begrüße euch recht herzlich zurück. Wir spielen weiter in unserem kleinen Coffeeshop. So, was hatten wir denn? Wir waren Level 2. Wir haben noch keinen neuen Store-Location. Schauen wir mal, ob wir das heute mit dem Kaffee-Handhaben ein bisschen besser hinbekommen. Gar nicht. Frisch, frisch. Schau das mit den Beständen aus. Remove from the menu? Warum? Nein, remove. Ach, ich bin das Ding rumgedreht. Ich dachte gerade, hä? Das kann ja gar nicht alt sein. Ein bisschen Tempo hochhauen. Wir machen erstmal kurz zu. Denn jetzt gibt's ein bisschen Inventar. Knall mal schön hier ans Fenster. Einmal. Und zwei mal. Zack. Zurück zum normalen Modus. Passt auch ganz gut zur Einrichtung. Da können sie schön rausgucken, während sie Kaffee trinken. Was haben wir denn? Und, und, und. Level 3. Gut. Machen wir wieder auf. Weiter geht's. Wir können sogar noch schneller machen. Zack, 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 zack. Fatz, fatz. Was? 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 Was war denn? Was war denn? WTF? Stopp. Äh. Warum krieg ich keinen frischen Kaffee mehr? Stopp. Äh. Was ist das? Ach doch, der Status ist auf Old. Gut. Oh man. Äh. Wie geht das denn? Die sind mal kurz. Kann ich schließen? Warum kann ich nicht schließen? Tut mir leid. Wir müssen jetzt erstmal den alten Kaffee entsorgen. Genau. Assigned to machine. Tack. Oh jetzt. Bissel. Ärgerlich. Wollen wir auch wieder aufmachen. So. 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 ist aber auch echt fix dass das zeug weg ich will nicht trainieren und das ist bitte den jahr jetzt mal ausverkaufen kein datter got super powers from drinking a secret formula mocha frappe mocha frappe haben wir glaube ich nicht oder wenn man das einsehen links wir haben nur cappuccino frappe das ist zwar nah dran aber wenn nicht nur direkt mal noch ein bisserl was bestellen bei der hier ist jetzt soweit dass man nicht mehr mit dem was brauchen sollten leute wollen auch alle gar nichts davon wie tf so der hat schon ein ding ist natürlich weg damit jetzt mal noch mal ein kaffee dass diese dings ja alle wird der flavor und everything is so rich here i love the freshness of every product review 88 fast 8 zu kurz pause schalten jetzt können wir nämlich mal folgendes machen konnte man hier noch mal leute einstellen genau jemanden der service ist oder du warst auch service genau barista nicht ganz so geil interview 64 65 800 kostet die uns 700 aber der unterschied ist schon deutlich deswegen nehmen wir hier den aden propa weiter geht's breached level 3 jetzt können wir muffins anbieten können wir uns aber noch nicht leisten ärgerlich so wie schaut's mit der kaffee frische aus wir brauchen kaffee des nob mattes normal heißt und weg mit dir das läuft doch langsam kaffee trinken leute seit kaffee trinken und was kostet das das braucht level 4 erstmal ok kostet dann 10.000 aber dass man doch famous tv schon called the great friends once you use a coffee shop analogies supplies order coffee andere kaffeesorten nein jetzt habe ich vier pfund verstellt ist war zu zeitig bei davon trinken die leute echt viel hat geschäft floriert doch ein bisschen ja da könnte jetzt ein bisschen in der reputation unterziehen was da jetzt noch kommt das ist ja gar nicht so schlecht die cappuccino maschine jetzt mit dem großen mengen an kaffee hinterlegt ist wenn die leute jetzt latte kaufen mit schon 1000 1000 1000 er hat sogar noch ein to go mitgenommen nachdem er schon hier eingetrunken hat geil ist das so bitte jetzt sind 46 und der wird halt dann alt nicht ärgerlich ich habe die da was verändert haben aber die freshness die geht mir gefühlt schnell runter wir können ein bisschen investieren zack 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 bisch bestellen wir mal order food der markt hat sich wieder normalisiert müssen vielleicht mal noch mal einen kaffee braun weg damit das schon wie soll man das sagen was viel im überblick behalten und hat man halt einfach verschissen ich hoffe denn die leute auch schön essen das ist gar nicht und just is food is food genau die bestände auch gleich wieder ein bisschen voller und mal zwischenspeicherung wie schaut es denn jetzt aus nach dir machen wir hier auch mal den laden schließen pausieren das ganze wir bauen hier mal noch ein bisserl was rein was haben wir denn hier noch das das klingt doch ganz brauchbar wenn die leute keinen kaffee haben wollen sollen sie keinen kaffee bekommen äh kein zucker haben wollen sondern sie keinen zucker bekommen der ist auch richtig rum ich denke ich hoffe so so was haben wir noch basic menu ein bisschen ambiente auch noch mit reinbringen ja der noch und ja noch aber noch 30.000 den rest läuft ja 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 kannst hier cool please the fuck dead bug wo haben wir jetzt unseren store ich hab jetzt hier gestort wo hab ich den hingepackt würde mich jetzt mal interessieren da irgendwo das essen ist noch frisch der kaffee ist noch frisch wir setzen mal gleich mal einen neuen an da müssen wir mal weiterlaufen genau den schütten wir dann weg so ich hab die geschwindigkeit ein bisschen runter gedreht ja wir wollen keinen alten kaffee anbieten what haben wir uns beklaut stop das ist jetzt trotzdem interessieren was wo landet wo ist mein stuhl gelandet da muss noch hier irgendwo sein hier ist mein stuhl oh wir können natürlich komplette inventar an kaffee erweitern und haben es verpasst presso eiskaffee und ne latte was mein stuhl give it to me und ne latte und ne back to normal mode wir öffnen und es geht weiter so wenn man nur zwei pfeile erst mal hin genau der kaffee geht durchaus noch aber der eine geht zur neige also nachbestellen kaffee der kaffee wird natürlich deutlich abgelöst was ist denn gut wie schaut es denn jetzt aus weg wenn noch mal kaffee nach oder eine kaffee ist nicht mehr frisch deutet normale kaffee sollte sorgt werden die leute trinken deutlich weniger normalen kaffee das ist ja fisch kleins will appear more frequently remember to keep them happy na logisch da wartest du dein von mir spiel ich brauche mehr angestellte ja was denn jetzt amerika noch immer herrschen regular kaffee und muffin und das ist unser essen alter lachs es tut mir sehr leid jetzt wird es besser heurika trotzdem habe ich das gefühl der kaffee hier der wird so schnell alt aber vielleicht bockt das die leute bei dieser maschine gar nicht also so sehr mit irgendwas verstreckt ist na gut das geschäft läuft wir machen hier den cut und hören uns das nächste mal wieder und hoffe natürlich ich kann euch dann auch wieder begrüßen haut rein leute bis zum nächsten mal